und damit herzlich willkommen zu einem kleinen informationsvideo meine freunde ja ich lebe noch ich bin da ja als erstes muss ich sagen entschuldigung dass letzte woche und auch letzte woche gehen wir auf dem datum aus am besten dass am 19 februar und am 20 februar sowie jetzt in dieser woche am 23 februar und am 24 februar kein siberia oder personal schreck gekommen sind lag einfach daran ich habe es bei twitter schon angekündigt dass ich es zeitlich nicht geschafft habe ich musste extremst spontan am mittwoch weg und ich habe keine folgen mehr gehabt ja ich habe keine folgen mehr gehabt ich habe nicht mehr vor produziert gehabt was ich normal die ganze zeit gemacht habe ich bin aber die ganze zeit nicht mehr wirklich dazu gekommen habe es dann auch ein bisschen vergessen muss ich gestehen und die quittung habe ich dann sozusagen ich wusste letzte woche extrem spontan weg und das ganze hat sich dann so entwickelt dass sich das noch zieht ich bin bis jetzt aktuell nicht mehr dazu bekommen noch weitere sachen zu produzieren ich habe das problem einfach dass ich zum teil morgens um sechse fünfe sechse aufstehe und dann es heißt erst einmal attacke gibt action und ich dann um 17 18 uhr umschnitt wenn ich glück habe schon um 17 18 uhr dann wieder in die ruhe komme ansonsten bin ich zwar so bei steam oder so online aber ich kann trotzdem großartig nichts machen eben abends dann eben nach dem ganzen hektischen tag sage ich weil hat man dann abends auch keine lust mehr sich dann noch ein zwei stunden hinzusetzen wenn der tag an sich schon anstrengend war und man ja auch noch andere tätigkeiten zu hause zu tun hatte wie in meinem fall jetzt zum beispiel wohnen ja hier nicht alleine und dementsprechend ist das natürlich ein bisschen doof gelaufen aber nichtsdestotrotz ich versuche es so schnell es wie möglich wieder hinzubekommen ob beides dann direkt wieder startet siberia und bis ein architekt weiß ich nicht außer ich bekomme das wirklich mal ein bisschen paar stunden zeit in den nächsten tagen vielleicht am wochenende vielleicht habe ich da am wochenende glück und habe dann ein paar stunden zeit dass ich da loslegen kann dann kann ich mal wieder ein bisschen vor produzieren wir kriegen das hin wir haben schon so viel hingekriegt auch das kriegen wir auf jeden fall hin so viel einmal erst einmal dazu im großen ganzen nutze ich dann gleich mal dieses kleine info video noch als kleine ideenverwaltung oder ideen mitteilung und zwar ich habe ja letzte letztes jahr so zum ende des letzten jahres ja mal einen plan gemacht habe ja dann auch über weihnachten praktisch den kanal in urlaub geschickt und mich selber auch mal in urlaub geschickt habe aber da in dieser zeit ein bisschen überlegt wie geht das weiter was kann ich noch machen wie kann ich das ganze für mich interessanter machen man muss einfach auch sagen man muss bedenken es ist ein hobby es ist kein beruf ja das ist wirklich halt ein hobby aber ich möchte dieses hobby mit einem gewissen ich habe meine ziele und dieses hobby grenzt eigentlich in dieser hinsicht dann mit den zielen schon am eine ja ans berufliche sozusagen aber man fängt klein an und das ist auch gut so ich habe meine ziele die ich mir jetzt über weihnachten wieder so ein bisschen notiert habe sozusagen und so weiter und hat auch super angefangen in diesem jahr hat so auch funktioniert wie ich es wollte wie ich es mir vorgestellt habe fand ich auf jeden fall super und jetzt habe ich mir noch so ein paar sachen überlegt einfach wie kannst du das ganze noch interessanter machen ich bin ja ein mensch ich spiele nur die sachen und die mir auch wirklich gefallen wenn mir etwas nicht gefällt dann spiele ich das einfach auch nicht und also habe ich für mich überlegt ich habe ein lieblingsspiel das ist nun mal minecraft das war schon immer mein lieblingsspiel ist es eigentlich die ganze zeit also werde ich auch in zukunft wann das sein wird das weiß ich nicht wieder ein wenig minecraft mit einbinden aktuell muss ich sagen ich werde keinen aktuellen kompletten minecraft kanal machen weil das möchte ich eigentlich nicht aber einfach ein bisschen minecraft einfach mal nebenbei auch mit rein gebaut ich bin ein minecraft technik fan und wir arbeiten da gerade an einem kleinen server schon mit einem technik paket da jetzt gerade so ein bisschen was vorbereitet vielleicht bringe ich da die tage auch mal ein kleines video aus dieser video vielleicht werde ich das mal zeitlich schaffe weil da muss ich ja nur aufnehmen theoretisch ist viel lang aber ich weiß nicht ob ich es wirklich schaffe ich kann es nicht versprechen und auf dem technik server wird es nicht direkt ein let's play geben sondern eher so ich weiß es nicht vielleicht vielleicht aber auch eher so eine art let's show dass ich da einfach ein paar sachen oder es wird ein paar sachen einfach bauen wie wir lust und laune haben und ich dann einfach mal sagt so hier und zeig euch das dann was gebaut worden ist ich weiß es noch nicht das seht man auf jeden fall dann und ja das wollte ich euch einfach mal sagen und ich habe natürlich noch viele andere ideen auch was das streaming die definitiv betrifft da gibt es ja jetzt noch einige neuigkeiten auf seiten von twitch da muss ich aber noch mal genau so schlau lesen also wie ich das gelesen gehört habe besser gesagt in die regel ein bisschen geändert worden was ich sehr gut fände denn ich habe da so ein paar vorstellungen die ich gerne umsetzen möchte und mit zum beispiel meinen netten let's player kollegen aus der let's player gemeinschaft den regnen oder dem athea zum beispiel und wir haben da ideen oder ich habe da ideen oder natürlich aber auch hier also ich bin auf jeden fall noch da ich bin nicht weg wenn ich weg wäre dann hättet ihr das schon längst gewusst dann hätte ich das euch schon gesagt das einzige und das andere ist einfach nur ich habe es angekündigt ich weiß jetzt gar nicht ob ich auf facebook geschrieben habe oder nur auf twitter ich glaube ich habe es nur auf twitter geschrieben es ist einfach so facebook ist schön und irgendwie auch nicht schön ich weiß nicht ich vergesse facebook immer wieder ich bin momentan eigentlich tagtäglich auf twitter unterwegs twitter ist mein absolutes lieblingsplattform geworden muss ich sagen deswegen vergesse ich facebook doch schon mal ruckzuck leider also falls ihr twitter habt dann am besten ja twitter folgen und dann dort gucken was ich da so schreibe mache tue und ja ich würde sagen meine freunde das waren jetzt erstmal ein paar informationen die euch getroffen haben die euch zu ohren gekommen seid ich weiß nicht, heute bin ich ein bisschen verpeilt schon wieder ich habe ganz spontan aufgenommen und wusste überhaupt nicht was ich sagen soll überhaupt erst mal einfach ganz schnell und spontan das sind auf jeden fall jetzt mal so ein paar informationen die ihr jetzt habt und ich bin auf jeden fall da ich bin nicht weg es geht auf jeden fall weiter und ich werde jetzt gucken dass ich wirklich die tage jetzt vielleicht wieder mal dazu komme endlich ein bisschen zeit bei seite schaffe sozusagen um dann da mal wieder ein bisschen was aufzunehmen gut in diesem sinne meine freunde schöne grüße an meinen lieben kollegen Wagon und an den Athea und ähm bei uns allen geht es bald weiter und euch werden noch einiges erwarten das steht der WD fest ich wünsche euch was wir sind jetzt bei 8 minuten ich wollte eigentlich noch ein gutes Video machen aber egal ich wünsche euch was und schon mal ein schönes Wochenende in diesem Sinne euer Lightbox Ciao